Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier reingeschaltet habt. Wir haben hier am Check-In eine spezielle Woche hinter uns, weil wir Mitarbeitende verabschieden mussten, weil die umgezogen sind, raus aus Berlin. An dieser Stelle euch auch nochmal alles, alles Gute für eure weitere Zukunft. Ja, was ich euch jetzt im Check-In sagen muss für nächste Woche ist folgendes. Wir werden das Check-In nicht aufmachen, sondern wir haben gesagt, wir nehmen mal so eine Kreativpause. Das heißt auch, dass wir von euch etwas hören möchten und darum gibt es an dieser Stelle auch nicht ein Rätsel wie sonst, sondern mal eine andere Aufgabe. Und zwar ist unsere Bitte und unsere Aufgabe für euch als Team, schickt uns doch mal eure Vorschläge. Und zwar dahingehend, was können wir im Check-In besser machen, damit das Miteinander noch besser klappt, was für Ideen und Gedanken habt ihr für irgendwelche Workshops oder Kreativangebote, die wir machen könnten, was für Ausflüge sollten wir zusammen unternehmen. Gebt uns doch einfach mal ein Feedback, gebt uns doch einfach mal viele, viele Ideen. Schreibt das entweder auf Insta oder hier auf YouTube oder über WhatsApp oder schreibt uns eine E-Mail. Wir sind jedenfalls mega gespannt auf eure Vorschläge, die so reinkommen und die können wir dann miteinander besprechen. Wir freuen uns von euch zu hören. Nun erstmal euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao!